Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung freuen. Abonniert gerne auch diesen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ihr vielleicht noch einmal mehr Videos verbessern könnt. Und falls ihr kleine YouTuber kennt, also die jetzt nicht übermäßig große, mit denen man eine Kooperation machen könnte in Minecraft, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dazu vielleicht etwas in die Kommentare schreibt. Sollten natürlich ein bisschen zu mir passen, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, weil ich da ein Modpack-Projekt plane. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Item-Shop und die Halloween-Skins sind wieder drin, beziehungsweise manche der Halloween-Skins hier, mit dem Heunest-Skin, der ziemlich creepy schon aussieht. Sieht aber trotzdem ganz nice aus, hier auch die Weibtier-Variante, hinten mit diesen Kuckuckshäuschen, oder was haben wir das genau, sein soll, Vogelhütte. Sieht echt ganz nice aus. Dann Feldschnitter, sieht auch richtig cool aus. Phantom des Feldes, auch ein richtig cooler Gleiter. Etwas sehr Besonderes drin ist, trotzdem super leise. Er macht wirklich kaum Sounds, das ist natürlich auch immer relativ gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Sternschlag-Spitzhacke. Einen ganz netten Sound. Ewiger Nullpunkt, der irgendwie ziemlich strange aussieht, weil wenn man so bewegt, dann bleibt im Prinzip die Textur trotzdem gleich. Er bewegt sich so einmal um die ganze Lackier, also um die ganze Waffe herum. Sieht aber trotzdem ziemlich nice aus. Und dann gibt es noch den Unendlichkeitscharakter. Ist ja auch super, super cool. Vor allem das Backpack gefällt mir richtig gut. Aber auch hier dieser Körper im Prinzip, der nicht immer ein richtiger Körper ist, sondern wo es diesen Nullpunkt und einem besteht. Sieht ziemlich cool aus. Einmal wieder so gemachtes Paket. Alle Skins, zwei Stile. Hier einmal den Stil. Backpack auch zwei Stile. Und der Skin auch zwei Stile. Ist ein nice Set für 1600 V-Works. Kann man es auf jeden Fall machen. Dann haben wir den Rebell-Skin, der sogar zwei Stile hat. Einmal mit Fahrradhelm und weiß. Und einmal ohne Helm und weiß. Und dann nehmen wir noch Standard-Version. Ist ein niceer Skin, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir noch Nullpunkt-Strahlen. Die sieht nicht ganz so strange aus, wenn man die bewegt. Sieht aber trotzdem ganz nice aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Haben wir Erderschütterer. Finde ich einen ganz coolen Emote für 200 V-Bucks. Und dann haben wir die Expertin. Ist ein ganz netter Skin. Ich glaube es gibt ja vom PS Plus Skin auch im Prinzip die männliche Variante davon. Sieht aber eigentlich ganz nett aus. Kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir noch den Rissbrocken für 400 V-Bucks im Backpack. Sieht ganz nett aus. Also wenn man da einen passenden Skin irgendwie so hat. Der so feurig aussieht, kann man das definitiv auch kaufen. Und da haben wir Fingerpistolen. War auch glaube ich schon eine längere Zeit nicht mehr auf dem Shop. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.